Einzigartig, praxisnah, realistisch und facettenreich. IT-Systeme und Netzwerke angreifen und verteidigen ist das, wofür Cyber Security an der FH Salzburg steht. Der Master richtet sich an alle, die die Absicherung und Verteidigung von IT-Systemen und Netzwerken verantworten wollen. Das Masterstudium Cyber Security ist eine gute Wahl, weil wir eine praxisnahe Ausbildung auf Masterniveau anbieten, des Einzigartigen der Region. Das Besondere ist, dass wir uns auf die operative Sicherheit fokussieren und dass wir da in Kleingruppen intensiv betreut Angriff und Verteidigung üben. Cyber Security an der FH Salzburg zu studieren bedeutet für mich einen neuen spannenden Studiengang aufbauen zu dürfen und Sie profitieren von einer hochkarätigen, praxisnahen Ausbildung, die äußerst facettenreich ist. Weil vom Penetration Tester bis zum Chief Information Security Officer kleine und große Firmen genau Sie suchen werden. Wo kann ich mich informieren? Kommen Sie doch gerne an der FH Salzburg vorbei, machen Sie sich selbst einen Eindruck, wir beantworten gerne Ihre Fragen. Auf jeden Fall von der FH Salzburg, wir werden hier ein wenig im peròblemer in der FH Salzburg. Auf jeden Fall von der FH Salzburg, ich habe das Gefühl, wir machen machen mich mit Rhebzglabel. Ich habe ein wenig im Tincymum. Wir haben viele Personen, wir haben hier können dazu, dass wir das Gefühl haben, wir wollen. Wir haben hier ein wenig fleries. Vielen Dank.